Es war ein schlechtes Deal, weil er hat es losgekriegt mit seinen Aussagen, die man eben abschiebt als respektlos einstufen kann. Maxi Kleber in Topform, den musst du eigentlich ins Team integrieren, dann wärst du besser. Dennis Schröder hat sich in einem Podcast, Gottnext, liebe Grüße an den hochgeschätzten Kollegen André Vogt geäußert und hat sein Unverständnis ausgedrückt. Die Absage Maxi Kleber, die hat ihm nicht geschmeckt, die hat ihm nicht in den Kram gepasst. Und er hat aber dort Aussagen getroffen, die unprofessionell waren und auch despektierlich ankamen, weil er gesagt hat, er hätte gehört, Maxi Kleber hätte abgesagt, weil er an seinem Game arbeiten will. Also um das mal so ein bisschen zu übersetzen aus der Basketballersprache, dann hat er gesagt, welches Game, er hat kein Game, kurz zusammengefasst, er ist ein Rollenspieler, das stimmt. Das wäre aber wie im Fußball, einem sehr guten Verteidiger zu sagen, er kann nicht kicken. Und also es ist schon so, dass es zu Recht bei Maxi Kleber nicht gut ankam. Maxi Kleber hat darauf reagiert mit einem Statement, die Äußerungen unangebracht findet, aber daran merkt, dass er nicht uneingeschränkt willkommen ist im Nationalteam und deshalb seine WM-Zeit einmal abgesagt hat. Angefangen hat es in der Vorbereitung auf die WM 2019 in China, die letztendlich sportlich schlecht lief für die deutsche Mannschaft. Die beiden, und das gibt es ja im Mannschaftssport immer wieder, kamen halt nicht besonders miteinander gut klar. Es gab nach meinen Infos eben dann auch mal ein Training im Vorfall, wo Schröder, der ja schon sehr selbstbewusst immer den Anführer auch rauskehrt, irgendwie so Kleber angemacht hat, er soll jetzt mal ein bisschen Gas geben oder ein bisschen besser verteidigen und dann standen die eben sich gegenüber, Auge in Auge kann man nicht sagen wegen dem Größenunterschied, aber die mussten eben auseinandergezogen werden von ihren Teamkollegen, also da gab es richtig Beef. Dann Kleber abgesagt, letztes Jahr offiziell übrigens nicht, weil er an sein Spiel fallen will, sondern gesagt, nach diesen Jahren der Pandemie, seit dem WM-Sommer 2019, anstrengende Jahre, auch in der NBA, brauchte er eine Pause physisch, mental will er sich erholen. Und jetzt hat er ja auch gesagt, was dahinter steckte. Ihm ging es auch um eine Vertragsverlängerung der NBA, was Schröder sagt, das wäre immer ein legitimer Grund auch abzusagen. Er hatte in den letzten Monaten der Saison eine Verletzung am Knöchel, mit der er weitergespielt hat, schmerzstimmende Mittel wahrscheinlich, so wie es auch oft manchmal ist, dass das gerade noch so geht und er merkt aber, ich muss sie auskurieren und er wollte es aber nicht öffentlich haben, weil es eventuell seine dann erfolgte Vertragsverlängerung wie Dallas gefährdet hätte. Also insgesamt ist dieses 12er-Team, was letzte Saison ja wirklich eine begeisternde, letzte Saison eine begeisternde 1-JM gespielt hat, schon aus so einer Art verschworenen Aufen und ja, da geht die Ansicht sicher auseinander. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, was es glaube ich wahrscheinlich nicht den Jungs geschmeckt hat, weil es eben am Ende dem gesamten Team schadet, dass Schröder so öffentlich vorgeprescht ist mit eben der unterm Strich unprofessionellen Aussagen. Weil er muss ja als Kapitän auch das Beste fürs Team wollen. Und wenn wir uns vorstellen, am Ende muss der Trainer das Team formen, aber Maxi Kliemann in Topform, der seit sechs Jahren NBA spielt, ist nach ihm und mit einigen anderen einer der besten Einzelspieler, den musst du eigentlich ins Team integrieren, dann wärst du besser. Und wenn es ihm nicht gepasst hat letzte Saison, dann hätte er sich besser informiert, ein bisschen über die Hintergründe und nicht so ein bisschen dieses, was sich angeblich erzählt wurde, so ein bisschen Dreitreten und auch lächerlich machen. Einen anderen öffentlich zu attackieren, auch wenn er sagt, es wären jetzt die Medien schuld, dann liegt er daneben, weil er hat dieses Futter gegeben, er hat es losgekriegt mit seinen Aussagen, die man eben abstimmt als respektlos einstufen kann. Ja, da hat er sich, glaube ich, in ein Eigentor geschossen und am Ende hat er jetzt Maxi Kleber eigentlich uneigennützig zum Grund des Teams gesagt, okay, das wird auf jeden Fall eine Quelle sein, die Unruhe stiftet. Also hat Maxi Kleber eigentlich relativ professionell jetzt darauf verzichtet. Ich glaube, unterm Strich sind dann eben die anderen Jungs oder auch Dennis Schröder, das muss man ihm ja auch zugute halten. Er ist immer mit viel Einsatz und haben ja schon mal dabei. Das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Und er hat sich ja auch gerade im letzten Sommer sowohl sportlich als auch in seinem Leadership absolut weiterentwickelt, die Mannschaft geführt, auch bessere Entscheidungen auf dem Feld getroffen, dass die das, glaube ich, jetzt abhaken werden. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass genau die Zwölf aus der EM auch wieder die BM spielen. Und trotzdem denke ich, dass das dann insgesamt professionell abgeschüttelt wird und die Mannschaft wieder einen guten Zusammenhalt haben wird. Und der eine oder andere wird aber trotzdem sagen, ja, okay, das war nicht okay von Dennis und eigentlich hätten wir es mit einem Maxi Kleber in der Topform oder der Trainer erschaffen müssen, eigentlich so einen guten Spieler, der im Übrigen eigentlich kein schwieriger Charakter ist und der sich, glaube ich, gut eingefügt hätte, auch da wieder zu integrieren.